Hertha steht für was. Für mich ist das ein Wahnsinns-Klub, ein Riesen-Klub. Da habe ich die Szene gesehen und dachte, okay, ich muss die Säcke, wenn du willst, kannst du die Spieler holen. Denken immer daran, den Tee. Dem gehört Köpenick, uns gehört ganz Berlin. Ihr seid alle guter Fußballer, seien wir ein bisschen geliger zum Gewinnen. Die zweite Liga, jedes Spiel ist wirklich sehr, sehr eng und jeder kann jeden schlagen. Flexibel, einsetzbar, jung, entwicklungsfähig. Kennt aber auch die zweite Liga. Jo! Was ist denn da los? Feueralarm. Wenn wir so draufgehen, wenn wir in den Duellen drin sind, dann holen wir die Punkte. Ich habe noch nie in meinem Leben zehn Tore im Spiel gesehen, also es war Wahnsinn. Aber die Spieler eigentlich, außer dem Ergebnis, da war ein Riesen-Spaß. Ich hebe die Faust in den Himmel, weil du aufweist. Liebe kennt keine Liga, meine Mannschaft blau-weiß. Blau-weiß sind die Kommen des Vorausses. Blau-weiß im Spiel einplanet. Bis zum nächsten Mal.